Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade durch mit meinem Langhandel-Programm. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und zwar ist es ein Intervallprogramm, immer 30 Sekunden und unterschiedliche Übungen. Und der erste Part ist im Stehen und der zweite Part ist auf der Matte, im Sitzen und im Liegen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Meine Langhandel hier unten hat ungefähr 4 Kilo Eigengewicht und ich habe nochmal 5 Kilo draufgesteckt. Also ich habe mit 9 Kilo trainiert. Ich würde den Damen irgendwo ein Gewicht empfehlen, was zwischen 4 und 7 Kilo ist und den Herren irgendwo zwischen 7 und 10 Kilo. Je nach Leistungsstufe. Und dann viel Spaß damit. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Work. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Work. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest 3, 2, 1, Work 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 3, 3, 2, 1, Work 3, 2, 1, Work 3, 2, 1, Work 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Work. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Work. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Work. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Work. 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 5, 1, Work. Untertitelung des ZDF, 2020